Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, ich wende mich heute in einer sehr ernsten Lage an Sie. Als Präsident der Industrie- und Handelskammer Magdeburg erreichen mich jeden Tag zahlreiche Anrufe und Schreiben, in denen Sie mir die schwierige Situation Ihrer Unternehmen, aber auch Ihre persönlichen Not schildern. Die Alarmrufe kommen aus der Industrie, von Lebensmittelproduzenten, aus dem Logistik- und Baubereich, aus dem Handel, also aus Unternehmen aller Branchen. Keine Region, ob die Altmark, der Harz oder Magdeburg ist, ausgenommen. Wir haben es infolge des Ukraine-Krieges mit einem massiven Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise zu tun. Bei der derzeitigen Verzehnfachung sind unsere Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig. Jeden Tag, den die Energiepreise so hoch bleiben, müssen mehr an Betriebe ihre Produktion reduzieren oder sogar ganz einstellen. Viele Firmen wird es schon in wenigen Wochen nicht mehr geben. Verehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, uns drohen Wohlstandsverluste in bislang unvorstellbarem Ausmaß. Deshalb muss jetzt gehandelt werden. Die Wirtschaft braucht konkrete Antworten und Taten seitens der Politik. Alles, was Verunsicherung schürt, muss aus dem Weg geräumt werden. Alles ohne Wenn und Aber. Ich fordere ein Soforthilfeprogramm für die Wirtschaft. Ein Maßnahmenpaket, das alle Branchen und alle Unternehmensgrößen beinhaltet. Was muss konkret getan werden? Erstens, sämtliche verfügbare Stein- und Braunkohlekraftwerke sowie Ölkraftwerke müssen schnell zurück in den Markt geholt werden, um die Versorgung mit Strom zu erhöhen. Gaskraftwerke zu ersetzen und damit die Strompreise zu dämpfen. Zweitens, es müssen ideologiefrei alle Möglichkeiten ergriffen werden, um die Energieversorgung für die Bürger und die Unternehmen sicherzustellen. Deshalb müssen alle verfügbaren Kernkraftwerke weiterbetrieben werden. Damit die Systemstabilität in Deutschland gesichert wird, halte ich auch den Betrieb der 2021 vom Netz genommenen Kernkraftwerke für notwendig. Drittens, um die Unternehmen schnell von den explodierenden Energiekosten zu entlasten, ist ein Preisdeckel für Gas und Strom für die Dauer der Energiekrise notwendig. Viertens, immer mehr Unternehmen erhalten keine Angebote für die Belieferung von Gas und Strom. Die Bundesregierung muss rasch das Recht auf Ersatzversorgung auf alle Spannungsebenen und Druckstufen ausweiten. Und fünftens, Unternehmen, Konsumenten und Arbeitnehmer müssen durch generelle Steuer- und Abgabensenkungen sowie die Senkung der Lohnnebenkosten spürbar entlastet werden. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, das Soforthilfeprogramm für die Wirtschaft muss sofort und unbürokratisch umgesetzt werden. Uns läuft die Zeit davon. Es geht um nichts weniger als die wirtschaftliche Basis des Landes. Es geht um das, was wir uns in den vergangenen 30 Jahren gemeinsam aufgebohrt haben.